Was genau, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Reaktion-Video. Heute reagieren wir mal gemeinsam das Video in Magic Dragons und Chai's Enemy aus der Jaguar of Legends-Serie Erkan und das offizielle Musikvideo. Es ist zwar ein Lied von Magic Dragons und Chai's, weil das ist, was die nicht in Magic Dragons sind, berühmt. Und heute reagieren wir mal auf das Lead Enemy und auf das Musikvideo aus der Jaguar of Legends-Serie Erkan. Ist das? Und ich würde sagen, wir spielen das sofort mal. Also, hier beginnt das war das mein neues Musikvideo. Den Check habe ich mir schon mal angehört, aber das Musikvideo noch nicht, deswegen reagiere ich heute gemeinsam mal auf meinen Pets mit euch auf das Lied. Weil das im Pets habe ich noch Kopfhörer und das Lied gefällt mir noch gut. So kann ich es mir Kopfhörer hören. Also, wir sind hier erstmal in der Cafeteria oder was? Das ist nur ein Restaurant, ist das glaube ich. Ein Restaurant. Oh, ist das eine Bar? Oh, ich glaube, es ist eine Bar. Okay. Äh. Oh. Da steht das immer so. Da ist so ein Scary Lied. Boah, der Affe. Aus wie eine Vogelscheuche. Okay. Männer. Ja. Okay. Oh, die Musik. Jetzt will ich die Musik. Ey, wieso weinen die? Ist die traurig? Wieso weinen die? Äh. Okay. Oh. We're going by into the wrong mount. We're going into the ground. I'm so excited to be home. Best story's to the tolls. I'm next to the world. Best man ain't gonna turn. Is you the greatest. ist das kommt dann und 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 so ich bin nicht so gut deswegen will ich ja nicht so es ist trotzdem noch mit sich aber was machen wir die morgen geben und sie ist traurig ja sie wurden gesichte glaube ich machen die kessenschlacht ich habe auch das und andere sind die ich glaube die gar nicht zu den menschen weg jetzt okay ich habe er nicht zählen okay das musik wird ganz anders als dass sie irgendwie weiß okay er kann ich nicht mit zink was redet die ich muss mal lyrics ansehen. Okay? Also be my enemy, but swear to sympathy, everybody wants to be my enemy. Was passiert hier in diesem Video? Oh, jetzt sehen sie auch noch. Oh, was passiert hier in diesem Video? Okay. Oh, okay, ich glaube, jetzt ist das nicht vorbei. Es gibt nur noch einen ganz kleinen Teil von Musikvideo. Es geht noch ein paar Sekunden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschuik!